Wegen Habecks Gesetz habe ich sogar extra diesen 82-jährigen Mann geheiratet. Weil es hieß, Ü80 muss die Heizung nicht tauschen. Und jetzt höre ich aber, die wollen die Altersgrenze senken. Das heißt, ich hätte vielleicht auch einen 65-jährigen haben können. Stattdessen habe ich diese Mumie aus dem Sarkophag gerissen. Schatz, du wolltest mir doch die Füße mit der Hühneraugensalbe eincremen.